Musik Wo oben gehen kann, wenn die Quellen des billigen Geldes eben versiegen, da sind die Börsianer doch sehr skeptisch. Wir können sie zwar nicht mehr sehen, aber wir können sie noch hören. Deshalb schlage ich vor, wir setzen das einfach fort, vielleicht kommt das Geld wieder, das wäre auch schön. Vielleicht kommt das Bild wieder. Aber auf jeden Fall hören wir ja, was Sie uns sagen wollen. Was macht denn der DAX an diesem Montagmorgen? Ja, auch wenn man mich nicht sehen kann, gucken wir mal auf den DAX und gucken auf die internationalen Vorgaben. Denn die unbekümmerte Stimmung der Vergangenheit, die ist vorbei. Man guckt jetzt auch in die USA. Da war der Dow Jones und der Nasdaq in der letzten Woche relativ unentschlossen. Aber beim Nikkei, da ging es kräftig nach unten. Der verliert 1,3 Prozent. Allerdings, hier in Frankfurt ist die Stimmung heute doch recht positiv. Der deutsche Aktienindex zum Auftakt dieser Woche leicht im Plus. Mit 15 Punkten auf 7800 Zähler. Ja, und für heute Vormittag, da steht dann noch der IFO-Geschäftsklimaindex auf dem Programm. Der gibt Auskunft über die Stimmung in der deutschen Wirtschaft. Und das könnte dann doch nochmal für Bewegung sorgen hier in Frankfurt. Wie wirkt sich denn dieses ergebnislose Außen-Finanzminister-Treffen in Brüssel aus? Ja, das ist ja jetzt erst einmal aufgehoben. Es ging am Wochenende darum, wie europäische Banken, die in Schieflage geraten sind, künftig zu retten sind. Und vor allem, wer am Ende die Rechnung dafür bezahlen muss. Und da hören nun auch die Anleger hier in Frankfurt ganz genau hin. Denn so will es vor allem der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble, sollen künftig nicht mehr allein die Steuerzahler für das Missmanagement der Banken gerade stehen, sondern auch Aktionäre und Gläubige, also Investoren, die Bankanleihen gekauft haben, sollen da künftig bezahlen. Die Franzosen, und da ist der Streit, sehen das ganz anders und möchten ihre Banken auch künftig mit Staatsgeld wieder gesund spritzen dürfen. Allerdings haben ja die Beispiele in Griechenland und Zypern gezeigt, dass, wenn das Geld der betroffenen Staaten nicht mehr reicht, die europäischen Partner einspringen müssen. Tja, und da entsteht der Streit, in dem die europäischen Finanzminister nun, wie so oft, gemeinsam nach einem Kompromiss ringen. Und am vergangenen Wochenende, wir haben es ja gerade gesagt, hat es noch nicht geklappt. Aber am kommenden Mittwoch beim EU-Gipfel soll dann ein neuer Anlauf unternommen werden. Denn eines ist klar, das Bankensystem, das muss fit gemacht werden. Denn es soll verhindert werden, dass nicht wieder, wie bei der Lehman Brothers Pleite, ein Domino-Effekt entsteht, der auch auf andere Banken übergreift. Felix Hero in Frankfurt, wir haben Sie gut gehört. Vielen Dank und war ja auch mal ganz spannend, der DAX-Kurve zuzugucken. Gerne. Tschüss. Dann circumvent. вин Od Herr How dos ver på